Ich mache mal so, ja. Was können Sie Moldova, Skandinato, Moldova heute anbieten? Moldova? Ja. Also wir haben ja diese, ich war in Paris, die Sitzung, die wir hatten, wo ja viele europäische Länder zusammen waren, um Moldova auch finanziell zu helfen. Und ich glaube, hier bei der NATO ist es so, dass wir selbstverständlich wissen, in welchem sehr komplizierten Zustand Moldova sich befindet. Ich glaube, es geht natürlich auch in erster Linie wiederum Energie und was die NATO angeht, Sicherheit. Darum, was Moldova betrifft, sind wir, ich glaube, als NATO sehr besorgt, das Land zu unterstützen und alles zur Verfügung zu stellen, was wir haben, um den Menschen mehr Sicherheit zu geben. Wir werden nicht zulassen, dass Moldova eben von Russland bedroht wird. Und wir werden alles tun, damit dieses Land eine gewisse Sicherheit hat und die Menschen eine gewisse Sicherheit haben, um geholfen zu bekommen. Aber neben Moldova haben wir noch viel anderes auf dem Programm heute. Und es ist ja nicht nur Moldova, es ist auch Moldova und es sind so andere Probleme, die anstehen. Macht man mit Moldova nicht den Fehler, dass man so lange gewartet hat, wie mit Ukraine auch? Ja, ich weiß nicht, was Sie mit warten. Moldova war ja nicht 2008, als wir hier waren, auf dem Gipfel auf der Tagesordnung. Das war ja Georgien und das war die Ukraine. Wir haben uns immer um Moldova gekümmert, als Europäische Union vor allem. Jetzt die NATO, dass sie sich auch mit einbringt, finde ich ganz richtig. Minister, you will also discuss China today. What is your assessment, considering that the EU-Council-President is heading to Beijing? Kann ich auf Deutsch sprechen? Also ich glaube, dass China, wir wissen das, interpretiert den Multilateralismus und auch die Menschenrechte auf ihre Art und Weise, auf eine chinesische Art und Weise. Das ist nicht, wie wir das sehen, diese universellen Menschenrechte. Aber gut, Sie wissen, dass Präsident Biden drei Stunden gesprochen hat mit Xi Jinping. Das finde ich gut. Der deutsche Kanzler war in Peking und hat gesagt, Russland solle nicht mit Atomwaffen furchteln. Also auch die Einwirkung Chinas da, glaube ich, sind wir auf derselben Linie. Und dann, ja, Sie wissen, dass wir in unseren Handys und in unseren Autos seltene Erden haben aus China. Wir müssen aufpassen, dass wir keine strategische Abhängigkeit, auch was die NATO betrifft, was unsere Verteidigung betrifft, dass wir hier nicht wieder in eine neue Abhängigkeit hineinbrechen. Also darum, ich glaube zwar, dass China, ich bin doch überzeugt, dass in einem gewissen Moment China auch alles tut, damit dieser Krieg gegen die Ukraine endet und dass es zu keiner Katastrophe kommt, was Atomwaffen angeht. Okay. Do you think that the recent protests would lead to a change in stance towards China? The recent protests will lead to a change in stance on China? Wir haben gesehen, wie China umgeht mit Protesten in Hongkong. Jetzt haben wir innere Unruhen in China. Ich glaube, dass man im 21. Jahrhundert die Menschen nicht mehr einfach in einen Rahmen stellen kann, dass nur eines zählt in einem Land auch von 1,4 Milliarden Einwohnern. Das ist die Philosophie der Staatsräson. Der Mensch, der verlangt nach Freiheit. Und auch die Chinesen werden das, glaube ich, zur Kenntnis nehmen müssen. Aber es ist möglich, dass wieder sehr, sehr viele Menschen, die friedlich protestieren, da unterleiten werden. Und wir haben ja die Bilder aus dem Iran, die wir jetzt seit Monaten sehen. Und auch diese Bilder jetzt aus China, das sind keine guten Bilder für das Leben im 21. Jahrhundert, für viele Millionen Menschen. Okay. Vielen Dank.